Willkommen bei Danube Calisthenics. Mein Name ist Achim und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr den Backliver lernen könnt. Der Backliver ist einer der leichteren statischen Übungen im Calisthenics. Trotzdem sollte man schon einige Basics beherrschen, bevor man ihn lernen will. Vor allem eure vordere Schultermuskulatur, eure Hüftmuskulatur, gerade den unteren Rücken, solltet ihr schon trainiert haben, bevor ihr mit dem Backliver starten wollt, weil die dort besonders stark beansprucht werden. Eine genaue Anzahl an Wiederholungen bestimmter Übungen möchte ich gerade mit dem Backliver auf keinen Fall festlegen, da jeder anders ist und unterschiedliche Stärken hat. Wenn ihr aber zum Beispiel schon große Probleme dabei habt, euch überhaupt erstmal in die umgekehrte Position zu bringen, ist es wahrscheinlich noch zu früh für euch und ihr solltet noch mehr Zeit in die Basics investieren. Hierbei könnt ihr euch vielleicht mein Video anfangen mit Calisthenics helfen. Wie auch immer, zuerst möchte ich euch überhaupt mal zeigen, wie ein richtiger Backliver aussieht und welche Punkte zu beachten sind. Danach möchte ich euch einige direkte Vorübungen und danach noch einige indirekte Vorübungen, die vielleicht auch ganz tödlich sein könnten, zeigen. Los geht's! Wie wird ein richtiger Backliver überhaupt ausgeführt? Das wichtigste sind die komprimierten Schultern. Auf die komprimierten Schultern legt man beim Backliver von oben seine hintere Schultermuskulatur an den Rückenmuskel ab und klemmt sich sozusagen ein. Hier sieht man von oben, wie das ungefähr aussieht. Stellt euch vor, ihr würdet mit euren beiden vorderen Schultern etwas zwischen dem Brustkorb einweitschen wollen. Das kann man ganz gut im Stehen probieren. Es ist aber nicht so, dass man von alleine in dieser Position steigend bleibt. Ihr braucht natürlich erstmal Schultern, die stark genug sind, um euch das überhaupt zu ermöglichen. Die komprimierten Schultern ermöglichen euch nämlich erst einen zweiten wichtigen Punkt, nämlich mit dem ganzen Körper gerade zu bleiben und keinen berüchtigten Banana Backliver zu machen. Der kommt nämlich dadurch zustande, dass man die Schultern nach hinten durchhängen lässt und ist meistens ein Zeichen mangelnder Kraft. Wenn eure Schultern durchhängen, hängt nämlich auch euer Oberkörper durch und wenn ihr jetzt in die Waagerechte wollt, müsst ihr natürlich einen Hohlkreuz machen. Der untere Rücken, der Po, die Beine und im Idealfall auch die Zehen sollten angespannt sein, um optimale Spannung zu ermöglichen und den Körper korrekterweise gerade zu halten. Der Griff kann sogar etwas enger als Schulterbrett angelegt sein, da er so den Effekt des komprimierten Brustkorbs zusätzlich verstärkt. Ein breiterer Griff ist gerade am Anfang nicht besonders hilfreich, da er so den Effekt des komprimierten Brustkorbs verringert und auch dazu einen kürzeren Hebel im Verhältnis zum Körper habt. Wenn man den Backliver mal beherrscht, kann man sich mit Griffbreiten spielen, aber gerade am Anfang macht das nicht viel Sinn. Ich bevorzuge meinen Backliver den Pronationsgriff, weil hier der Ellbogen durch die darüber liegende Armbeugemuskulatur zusätzlich gestärkt ist und dass auch der Standardgriff bei anderen Übungen ist. Es ist aber auch nicht zwingend falsch, in dem Suppinationsgriff, also mit den Händen, nach unten zu machen. Allerdings werden sich dabei sowieso die meisten von euch schwerer tun. Vielleicht noch kurz zur Atmung. Wer schon mal einen Backliver probiert hat, weiß, dass dadurch ein recht hoher Druck zusammenkommt, durch den man oft einen roten Kopf bekommt und nur in sehr kleinen oder gar keinen Atemzügen atmen kann. Der Grund dafür ist, dass durch die angespannten Muskeln erstens einmal eure Blutgefäße zusammengedrückt werden und zweitens nochmal die Atemhilfsmuskulatur die ganze Zeit angespannt ist und ihr dadurch natürlich weniger ein- und ausatmen könnt. Das kann gerade am Anfang relativ unangenehm sein, wenn man es nicht gewohnt ist. Es ist im Normalfall aber unbedenklich, wenn ihr sonst keine anderen Probleme habt. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr auf den Backliver hintrainieren könnt. Um den Backliver zu lernen, ist es vor allem wichtig, ihn gezielt zu trainieren und zu probieren. Die in meinen Augen sinnvollste und effektivste Methode, das zu machen, ist es zu versuchen, sich langsam von der obersten Position herunterzulassen, weil ihr so am besten die Spannung aufbauen könnt. Zu versuchen, sich von unten heraufzuziehen, macht gerade am Anfang nicht viel Sinn, weil ihr so erstens die Spannung nicht schön aufbauen könnt und zweitens noch dazu mit eurer eigenen Muskulatur im Weg seid. Erinnert euch an die Schultern, mit denen ihr eigentlich euren Rücken einklemmt. Das könnt ihr schwer machen, wenn ihr von unten kommt. Sich direkt in den Backliver hinauszudrücken, macht eigentlich auch erst Sinn, wenn man ihn schon besser kann, wenn man so schwerer die Spannung aufbauen und dann erhalten kann. Das von oben herunterlassen kann man auf verschiedene Arten machen. Klassischerweise mit geschlossenen und gestreckten Beinen. Es geht aber auch mit gespreizten Beinen, um den Schwerpunkt näher zum Körper zu bringen. Eines oder beide Beine anzuwinklen, ist ebenfalls eine Option. Wobei ich das mit Vorsicht genießen würde und eher nur Leuten empfehlen würde, die schon stark genug im unteren Rücken, aber noch zu schwach in der Schulter sind. Hierbei wird nämlich die gestreckte Position, die beim Backliver gefragt ist, nicht trainiert. Wenn ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, dann macht ihr es mit geschlossenen und gestreckten Beinen, weil nur hier wirklich in der Hüfte und in der Schulter die Belastung, die auch beim Backliver der Fall ist, simuliert wird. Wenn ich nur eine Übung für den Backliver machen dürfte, dann wäre es die. Was hier bei allen Arten bei der Übungsausführung wichtig ist, ist es immer kontrolliert zu arbeiten und vor allem darauf zu achten, in der Hüfte immer gerade zu bleiben. Den größten Fehler, den hier viele nämlich machen, ist es, sich in der obersten Position nicht komplett auszustrecken, sondern einen Knick in der Hüfte beizubehalten und sich dann voreilig herunterzulassen. Dabei geht aber die Stabilität des Körpers verloren und man fällt einfach nur lose herunter, da ja die Beine komplett ohne Spannungsverbindung zum Oberkörper sind. Streckt euch also zuerst mal in Ruhe oben aus und lockt euren Körper ein, indem ihr den unteren Rücken, den Po, die Beine und wieder die Zehen anspannt. Wenn ihr euch jetzt nämlich herunterlässt, sollte die Bewegung einzig und alleine in den Schultern stattfinden und ihr könnt viel kontrollierter arbeiten. Euer Brustkorb sollte auch hier wie vorher beschrieben komprimiert sein und achtet darauf, dass ihr euren Körper während der ganzen Bewegung anspannt. Lasst euch langsam herunter und schaut wie weit ihr kommt. Oder haltet euch in der für euch bestmöglichen Position. Dieses Prinzip könnt ihr natürlich auf alle vier Variationen, die ich euch vorher gezeigt habe, anwenden. Es ist wichtig, langsam und vor allem kontrolliert zu arbeiten. Schließlich wollen wir auf eine statische Übung hin trainieren, die für die meisten am Anfang eine Maximalgrafbelastung darstellt. Es macht also nicht viel Sinn, das Ganze schnell und dynamisch zu machen. Deshalb ist es wichtig, auf die Qualität zu achten und weniger wichtig, sich möglichst oft hintereinander herunterzulassen. Besser, ihr lasst euch einmal und dafür kontrolliert herunter, als zehnmal und schlampig. Gerade am Anfang passiert es hier viel, dass wir schlecht einschätzen können, wie weit sie schon heruntergesunken sind. Deshalb kann es nützlich sein, sich zu filmen oder jemanden dabei zu haben, der kommentiert. Das kann ich euch sowieso empfehlen, wenn es darum geht, neue Übungen zu lernen, bei denen man sich nicht sicher ist, ob man in der richtigen Position ist oder die richtige Ausführung hat. Versucht am besten, immer langsamer zu sinken oder euch im bestmöglichen Winkel zu halten, bis ihr irgendwann mal in der waagerechten Position stehen bleiben könnt. So könnt ihr euch langsam um die kleinen Schritte an euer Ziel heranarbeiten. Diese Übung sollte im Normalfall ausreichen, um den Backlever zu lernen. Da könnt ihr verschiedene Variationen ausprobieren und schauen, was euch gefällt. Nichtsdestotrotz möchte ich euch jetzt noch zwei zusätzliche Übungen zeigen, mit denen ihr die für den Backlever benötigte Muskulatur kräftigen könnt. Diese Übungen könnt ihr machen, wenn ihr euch nicht bereit für das Herunterlassen fühlt oder einfach noch zusätzlich was trainieren wollt. Skin the Cats sind eine gute Möglichkeit, eure Schultern mit gestreckten Armen zu trainieren, so wie es ja auch beim Backlever der Fall ist. Ihr könnt sie optional mit verschiedenen Beinpositionen machen, je nachdem, ob ihr die Übung durch den größeren Radius schwerer machen wollt und so auch noch zusätzlich eure Hüftmuskulatur mit trainieren wollt. Geht so tief, wie es eure Mobilität und Kraft zulässt, aber niemals tiefer, als ihr es kontrollieren könnt. Nicht jeder kommt so weit herunter, wie man es bei mir hier sieht. Ihr solltet es also nicht erzwingen. Ihr könnt aber ruhig den vollen Bewegungsumfang eurer Schultern ausnützen. Am besten geht es, wenn ihr Platz habt, eure Beine durchzuziehen, so wie ihr es zum Beispiel hier auf einer Monkey Bar seht. Ihr könntet das natürlich auch auf Ringen machen. Falls ihr aber keine andere Optionen habt, sollte es im Normalfall auch kein Problem sein, sie auf der Stange zu machen. Hier müsst ihr nur schauen, dass ihr eure Beine irgendwie durchbringt. Die zweite Zusatzübung sind umgekehrte Hyper-Extensions. Diese Übung geht nicht auf die Schultern, sondern auf den unteren Rücken und allgemein auf die Muskulatur der Körpermitte. Die normalen Hyper-Extensions kennt ihr vielleicht schon aus meiner Videoserie, anfangen mit Calisthenics. Der Unterschied ist hier jetzt aber, dass ihr nicht eure Beine, sondern nur euren Oberkörper fixiert. Ihr könnt sie auf einer höheren Bank oder auf irgendeiner Fläche machen, wo ihr euch festhalten könnt. Ich habe sie hier auf einem Bahn gemacht. Da man mit dem Bauch aufliegt, muss man ihn ordentlich anspannen. Mit dieser Übung könnt ihr eure Hüfte relativ gut in einer Position trainieren, die auch beim Back-Level der Fall ist. Hier ist nämlich die anspruchsvollste Position die Streckung. Und nicht wie bei vielen anderen Übungen für den unteren Rücken die Beugung. Außerdem sind eben die Beine frei in der Luft und der Oberkörper fixiert, so wie es ja auch beim Back-Level der Fall ist. Wählt eure Position so, dass ihr genug Bewegungsfreiraum in der Hüfte habt, also geht nicht zu nahe an die Kante. Wenn man mit der Hüfte extrem weit von der Kante entfernt ist, kann man sich die Übung zusätzlich ersperren. Probiert am besten aus, dass für euch am angenehmsten und schaffbar ist. Führt die Übung wieder ohne Momentum durch. Geht so hoch, wie ihr es schafft und so tief wie Platz ist, um den Muskel in voller Bewegungslänge reizen zu können. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber auch nur die waagrechte Position möglichst lange halten oder immer von der Beugung in die Streckung gehen. Spannt dein Bow und die Beine die ganze Zeit über an. Presst euch an die Liegefläche oder Stange und spannt auch den Bauch und den Oberkörper an, um möglichst stabil zu bleiben. Abgesehen von diesen Übungen gibt es natürlich auch zahlreiche andere Übungen, die für den Back-Level nicht schaden. Grundsätzlich hilft natürlich jede Übung, die die benötigte Muskulatur beansprucht, so wie zum Beispiel Dips oder einen Plank. Und Basics sollte man natürlich sowieso immer nebenbei trainieren. Um alles nochmal kurz zusammenzufassen, kann man denke ich sagen, dass es am wichtigsten ist, den Back-Level gezielt und spezifisch zu trainieren. Und das bekam man einfach am besten dadurch, dass man immer wieder versucht, sich herunterzulassen. Die anderen Übungen könnt ihr aber natürlich auch noch in euer Training einbauen. Variation ist immer gut, aber mit gezielten und spezifischen Übungen ist man halt schneller am Ziel. Vergesst nicht, dass es vor allem darum geht, kontrolliert und unter Spannung zu arbeiten. Macht also niemals Abstriche bei der Form. Seid fleißig und probiert es immer wieder. Hört nicht auf, bevor ihr euer Ziel erreicht habt. Wenn ihr immer dranbleibt, ist der Back-Level auf jeden Fall ein erreichbares Ziel für jeden. Allgemein könnt ihr ihn bei jedem Training üben, solange es sich gut anfühlt. Hört einfach auf euren Körper. Fixe Regeln gibt es auch hier sowieso nicht. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link, unter dem ihr euch gratis Bilder zu ausgewählten Übungen, auf denen die wichtigsten Punkte noch einmal beschrieben sind, herunterladen könnt. Unter anderem eben auch den Back-Level. So könnt ihr die Infos zum Beispiel auf eurem Smartphone beim Training dabei haben, um euch das Wichtigste nochmal schnell vor Augen zu führen. Ein Punkt, den ich zum Schluss noch kurz erwähnen möchte, ist die Unterarmposition beim Back-Level. Manche haben nämlich Verspannungen im Unterarm- oder Ellenbogen vom Back-Level-Training. Das kommt davon, dass dort an einem kleinen Punkt viele Sehnen der Unterarmmuskeln zusammenkommen. Die Position, in der diese Muskeln beim Back-Level trainiert werden, ist für viele am Anfang ungewohnt. Das kann zu Verspannungen führen. Um dem vorzubeugen und eine extreme Einseitigkeit zu vermeiden, kann es nützlich sein, sich zu dehnen und Übungen für die Unterarme zu machen, bei denen die Muskeln auch anderswertig beansprucht werden. Das war's von meiner Seite. Jetzt liegt's an euch, rauszugehen und zu trainieren. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg dabei. Wenn ihr noch Fragen oder Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr sie mir hier oder auf Facebook schreiben.